moin moin liebe community ein weiterer monat ist vorbei der februar und die zahlen warten natürlich auf euch und ich kann euch jetzt schon verraten das war relativ spannend insbesondere um die voller autarkie zu erreichen die 100 prozent haben wir geschafft aber wieder mit ein bisschen mogeln darauf gehen wir dann gleich aber ein als allererstes möchte ich euch mal ganz kurz zeigen was ich so die letzten tage getrieben habe ich habe nämlich eine neue anlage gebaut bei einem kunden von meiner firma radio tech ist eine anlage entstanden die dazu dienen soll den die solarenergie auf einem hallendach zu speichern wie man hier sehen kann 14 mal 9 mal 14,4 kilowattstunden speicher leider alles platzmäßig ein bisschen problematisch weswegen wir hier auch so ein kabelknubbel haben ging aber nicht anders hier kommt noch eine hübsche einhausung drumrum wenn es fertig ist aber okay das ist das erste foto dazu und jetzt versteht ihr vielleicht auch warum wir platzmäßig ein problem hatten man kann nicht hier sehen dass wir die multi plus 1 so eine art leiter aufgehängt haben und diese jeweils back to back das heißt wir haben hier 30 kv leistung und haben hier hinten die löser an die wand genagelt und das nächste ist dann noch mal die andere seite so war das ganze auf der anderen seite aus also hier ist noch mal der durchgang zu den batterien die stehen auf der anderen seite dieses raumes das ist der versorgungsraum und der ist echt pickepacke voll der passten diese multi plus auf keinen fall noch mit an die wand hier noch mal die unterverteilung hier oben wo wir das ganze dann aufgelegt haben und das ganze sieht dann innen drin so aus hier oben ist der übergabe punkt für den hauselektriker der dann irgendwann nächste woche kommt und das system anschließt und dann kann der betrieb auch seine solarenergie die er vom dach bekommt nicht nur einspeisen sondern auch speichern also sie haben zwar einen eigenverbrauchsanlage aber sie wollen noch mehr der energie speichern nämlich interessantes projekt solltet ihr da auch bedarf haben würde ich mich natürlich freuen wenn ich wenn ihr mich wenn die mich kontaktieren würde die kontaktdaten findet ihr im impressum bzw in der informationsseite des youtube kanals danke dafür so jetzt geht's weiter gucken wir uns mal meine zahlen an aktuell jetzt gerade im moment kommt richtig was vom dach wir haben knapp 14 kilowatt die jetzt ja gerade erzeugt werden die wir aber auch beinahe oder nicht nur beinahe wir verbrauchen alles gerade selber ein großteil davon wandert jetzt gerade ins auto ganz kleiner teil geht nur in die batterie aber wir werden heute so viel solar erzeugung haben wir haben jetzt schon 64 kilowattstunden das ist schon eine ganze menge der muss ja auch irgendwo bleiben aber ich denke heute abend dürfte das auto und der akku voll sein aktuell sieht das ganze so aus das ist pv geführtes laden im auto man kann hier sehen es liegen gerade naja 16 ampere knapp 11 kilowatt an also das maximum was geht und wir haben jetzt schon 29,8 kilowattstunden in den auch ins auto reingeladen passt noch ein bisschen 66 prozent zock also ich finde diese auswertung der der open bb super dazu gibt es demnächst übrigens auch noch ein video ich werde das ganze nämlich auf open bb zwei umstellen mit einer master und einer slave bb da bin ich mal sehr gespannt da meine frau ja auch ein elektroauto hat jetzt dann langsam zeit dass ihr auch eins bekommt so jetzt gucken wir uns mal die zahlen an von letzten monat so februar wir haben geladen insgesamt 142,58 kilowattstunden in das auto das entspricht etwa 764 kilometern fahrleistung kommt auch hin also mein auto ich bin ja ungefähr 1000 kilometer gefahren aber es war auch noch was drin von daher kommt das kommt das auf jeden fall hin also das ist der teil der ins auto geflossen ist im haus haben wir nicht allzu viel genutzt ich habe hier der zähler ist wohlgemerkt jetzt noch nicht genullt das ist absicht die heizung war heute auch nur einmal ganz kurz an mit 200 wattstunden also ungefähr fünf kilowattstunden haben wir in die klimaanlage gesteckt und dann haben wir hier noch unsere totale ladeleistung über die hofsteckdose sind noch mal 82 kilowattstunden die in das auto meiner für frau geflossen sind die küchenheizung also die infrarotheizung hat noch mal 4 kilowattstunden gebraucht wie ihr seht haben wir leider noch viel energie für oder nicht viel energie fürs haus gehabt zum heizen das ist alles in unseren normalverbrauch geflossen jetzt gerade könnt ihr auch sehen die heizung ist an hat eine ist temperatur von 21 grad soll aber 22 grad haben deswegen wird hier gerade geheizt da müssen wir sogar diese 0,4 kilowattstunden abziehen ja okay nichtsdestotrotz nicht besonders viel was hier an dieser stelle passiert ist wir können uns hier noch mal ganz kurz einmal abgucken wie es hier aussieht also gestern war der akku schon wirklich relativ voll da war ich halt unterwegs um diese um diese anlage zu bauen gestern abend habe ich noch mal ein paar kilowattstunden nachgeladen und jetzt hier kann man noch mal die einzelnen anlagen sehen wohlgemerkt sind hier nicht alle dabei wer jetzt sich wundert warum es hier ein delta gibt also wir haben jetzt hier 14 kilowattstunden in dieser ansicht sind noch nicht alle anlagen da muss ich mal irgendwann noch ändern ist für mich jetzt aber primär nicht ganz so wichtig weil ihr diese sachen zeichne ich derzeit nicht auf das andere wird sehr wohl aufgezeichnet und landet dann in grafen genau also dann haben wir hier noch unser batrium dashboard hier kann man jetzt auch sehen was so mit den akkus los ist derzeit sieht das alles richtig super aus klar die kriegen natürlich jetzt auch nicht besonders viel leistung ab aber gut das wird sich dann heute nachmittag wenn die wenn der das auto voll ist wird sich das deutlich ändern hier kann man noch mal sehen hier vorne ist der ist die ladeleistung hochgegangen dann ist irgendwann das auto angeschlossen worden und seitdem lädt das so vor sich hin ein bisschen spiky das ganze liegt aber auch daran dass wir auch noch ein paar wolken hier unterwegs haben und die regelung natürlich jetzt hier im haus den verbrauch meine frau hat irgendwie gewaschen und trockner und sowas und deswegen sieht man diese diese erzeugung die erzeugung beziehungsweise die spikes die das ist ja der die leistung die in den akku läuft und deswegen ist das da so ein bisschen spiky genau also wir haben tatsächlich wir haben es geschafft wir haben wieder mal die 100 prozent marke erreicht allerdings wie ich das am anfang schon gesagt habe wieder ein bisschen gemogelt wie viele von euch wissen habe ich noch zwei akku packs in reserve die stehen bei mir in der werkstatt und sind so für diverse tests werden aber auch nur mit solarenergie geladen und was man hier sehen kann hier geht es dann am anfang des monats relativ steil bergab mit der mit der versorgung hier hatten habe ich noch einen peak und dieser peak der ist aber tatsächlich gar nicht real da habe ich nämlich mein batrium aufgrund von fehlern komplett neu aufsetzen müssen und das war dann im endeffekt da habe ich einmal kurz die akku bank damit die anlage nicht abschaltet an einen anderen akku angeschlossen da könnt ihr sehen der hatte dann noch so 60 prozent stock und danach habe ich das wieder umgestellt deswegen hat man hier einen sonnen und spike drin nur für die leute die sich die zahlen genauer angucken nicht dass er mir das um die ohren haut und hier kann man sehen da habe ich gemogelt da war der akku bis auf 7 prozent runter und da habe ich dann nachgeladen mit meinen beiden externen packs die waren danach oder sind danach jetzt auch leer gewesen und dann ging es aber so die nächsten tage da haben wir so verbrauch und erzeugung relativ gleich gehabt dann kam ein tag mit relativ guter erzeugung mit 52 kilowattstunden und das hat den akku natürlich dann erst mal recht voll gemacht dann ging es wieder ziemlich bergab und da habe ich noch gedacht jetzt ist bald feierabend aber dann kam wieder ein guter tag und der hat alles gerettet wir sind den kompletten februar mit unserer mit unserem selbst erzeugten strom ausgekommen leider nicht energie autark also im sinne von heizen dafür reicht aber momentan einfach der der solar ertrag noch nicht beziehungsweise momentan reicht das schon man sieht hier dass es deutlich bergauf geht im februar also ab mitte februar war das eigentlich gar kein thema mehr aktuell mein akku wird heute mit sicherheit bei 100 prozent landen und am ende für den ende des februars also am letzten tag haben wir tatsächlich dann auch noch mal die 100 prozent erreicht also das ist schon schon beeindruckend die erzeugungsleistung liegt aktuell so bei 74 50 70 kilowattstunden im normalbetrieb am tag wenn denn die sonne halbwegs scheint und wenn sie nicht scheint das sind so diese tage hier na da kommen dann irgendwie so 40 irgendwie zwischen 25 und 40 kilowattstunden kommen vom dach damit kommen wir locker aus trotz fahren wir müssen ja nicht jedes jeden tag die autos laden also das passt so weit ansonsten ist hier im bereich ich schaue mir mal gerade gestern an weil da war auch extrem viel erzeugung und da kann man halt sehen dass wir nehmen und das ist nicht das was ich zeigen wollte ich wollte euch das hier zeigen ja hier kann man nicht sehen premiere dieses jahr das allererste mal die anlage hat abgeregelt leider ich war nicht zu hause den tag bin unterwegs gewesen um diese eine anlage aufzubauen und hier kann man sehen das erste mal die frequenzerhöhung dieses jahr das heißt die anlage hat die wechselrichter abgeregelt damit der volle akku nicht noch mehr beladen bzw damit nicht noch mehr energie erzeugt wird und die anlage der not abschalten muss bei mir in der insel ist es halt so hier kann man es auch noch sehen die hat sauber runter geregelt hat halt das charge voltage limit tschuldigung das charge current limit auf 12 ampere runter gestellt gestellt das ist so mein float meine flot ladung bei dem großen akku und nachdem ich dann angefangen habe wieder strom abzunehmen hat er das schön wieder hoch geregelt also ist super zu sehen jetzt hier deswegen zeige ich euch einmal und hier kann man auch sehen wie die pv anlagen abgeregelt haben also hier macht es dann auch einmal ein riesen gibt geht deutlich nach unten die erzeugungsleistung und das gleiche kann man hier jetzt bei dem laderegler zum beispiel auch sehen das wiederholt sich dann für alle anderen anlagen so weit sie nicht für den hausverbrauch genutzt werden auch dann kann man hier ach so genau hier kann man das sehen ich habe ja noch so ein sender balkon kraftwerk auf dem momentan auf der terrasse stehen und dann haben wir hier ja im endeffekt genau das gleiche für alle anderen balkon kraftwerke und wie man hier sehen kann das war echt eine traum vorhersage von viktron das gestrichelte ist die vorhersage und das blaue ist das was wir tatsächlich erreicht haben also in dem fall die strahlungsleistung und ja genau man kann halt mittlerweile was wir können uns relativ gut drauf verlassen was die aus den forecast angeht mal gucken ob ich den jetzt einmal anzeigen kann ja da kommt da so hier kann man jetzt sehen okay das ist der forecast und hier kann man jetzt diese gestrichelte linien das sind ist der forecast für heute heute sind für uns 73,1 kilowattstunden vorhergesagt das einzige was leider nicht so richtig passt ist der verbrauch aber den kann man den kann viktron unmöglich sauber vorhersagen das geht gar nicht einfach weil viktron kann ja nicht wissen wann fahre ich mein auto leer und wann mache ich die heizung an und solche thematiken hat viktron keine chance so das war es auch schon ich will dieses video nicht unnötig in die länge ziehen wir haben eine ganze menge gemacht diesen monat also an strom 700 kilowattstunden erzeugt das ist schon schon deutlich mehr als letzten monat natürlich alles verbraucht aber jetzt wird es in die höhe gehen also ich denke der märz der wird dann vermutlich schon wieder über einer megawattstunde liegen und wir werden diese megawattstunde vermutlich auch komplett verbrauchen noch mal kurzen blick auf die open baby ich finde das immer sehr toll wie das mit dieser laderegelung so funktioniert hier kann man den stock des autos sehen gut solltet ihr fragen dazu haben würde ich mich über kommentare freuen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video ich freue mich immer wenn ich mit euch interagieren kann also wenn irgendwelche fragen da sind oder auch wenn ihr mich kontaktiert natürlich zu euren anlagen wenn ihr fragen habt lasst kommentare da schreibt mir e mails oder ja am besten natürlich abos und daumen hoch ist für uns kleine youtuber wichtig immer noch danke euch dafür und wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten video macht's gut tschüss